Hallo Fotofreunde, der Winter hält dieses Jahr ganz schön an und es sind immer wieder tolle Impressionen und Eindrücken, die man beim Losgehen im Schnee und Kälte erleben kann. So war ich wieder los durch den Wald Eterbsheide, bei trübem Wetter, aber dick verschneit da oben. Und wieder haben sich tolle Fotoergebnisse ergeben, die ich euch zeigen möchte. Wenn sie euch gefallen, über ein Like, einen netten Kommentar oder auch ein Abo würde ich mich freuen. Euer Uli Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020